Eine Live-Übertragung aufs YouTube. Was halten Sie von dieser Reise? Super! Und empfehlenswert, spannend, kann noch besser werden. Was kommt noch auf uns zu? Wir werden sehen. Wir lassen uns mal überraschen. Auf jeden Fall warmes Wetter, Sonne, Strand und Meer. Und wo ist der Michi wieder geblieben? Er wird bald.